Zurück zu einem weiteren Let's Play Minecraft. Also ich möchte mich erstmal für den letzten kurzfristigen Cut entschuldigen. Ich hatte technische Schwierigkeiten. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Wir waren gerade dabei, uns hier ein Haus zu bauen. So ein bisschen im Wasser. Und da würde ich sagen, machen wir auch weiter. Das Gute ist, wenn wir jetzt hier runterfallen, nehmen wir keinen Schaden. Wie ihr seht, habe ich zwei unterschiedliche Hölzer. Es sieht zwar von außen dann nicht so schön aus, aber hauptsache erstmal, wie haben wir ein Haus. So. Dann gehen wir hinten in die Mine die Kohle abbauen, äh, das Eisenerz abbauen. Ich crafte mir auch gleich eine Eisenspitzhacke. Ja, das habe ich jetzt falsch gesetzt. Das weiß ich, dass wir heute ein Holzschwert machen. So, dann machen wir mal zu, würde ich sagen. Ja, da, ja, ja. Hm. So, dann gehen wir mal runter. Und machen das hier mal. So, und bevor wir jetzt weitermachen, brauchen wir erstmal eine Fackel, damit wir ein bisschen Licht hier drin haben. Für die Fackeln braucht ihr Kohle und Sticks. So, holen wir uns hier mal eine Kohle raus. Eine reicht vollkommen. Na gut, ne, mach ich. Ne, mach halt zwei. So. Dann. Stick. Werkbank. Stick. Ach, kein Rindfleisch. Fleisch. Kohle. Und da kriegt ihr dann vier Fackeln. So, die Ene Kohle tun wir wieder rein. Tun wir gleich mal das rohe Rindfleisch hier oben rein. Da haben wir dann was zu machen müssen. So, hier ein Licht. Ein Lichtlein hinten und da. So, und nun machen wir das zu. Aber keinen Sorge, das Haus wird nicht abfackeln. So, jetzt haben wir schon mal ein schönes Haus. Zwar ohne Bett, aber es ist gut schon mal. So, und es dämmert. Ne, dachte. Naja. So, dann werden wir jetzt erst mal uns ein paar Sticks wieder craften. Und dann werden wir uns aus den Sticks, wenn wir die ein bisschen verteilt haben, sieben und da und da. Erstmal müssen wir mit dem Pflasterstein eine Steinspitzhacke machen. Und eine Steinaxt. Das hält natürlich alles viel länger. Und noch, ach, falsch gesetzt, eine Steinhacke. So, die Sticks nehmen wir wieder raus. Die setzen wir. Tun wir in die Truhe rein. Die tun wir in die Truhe rein. Das Holz legen wir uns hier unten hin. Und wie ihr sehen könnt, ist draußen Raben, schwarze Nacht. Ich werde draußen mal ein Lichtlein hinsetzen. Oder am besten zwei. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier Steak. So. Steak können wir in die Truhe tun. Oder ne, das lassen wir doch mal hier. Das können wir nämlich essen. So. Okay. Wir haben Samen. Die Samen müssen wir dann, brauchen wir noch ein paar mehr. Da können wir uns daraus Weizen anbauen. Aber zuerst brauchen wir mal das Eisenerbs. Ja. Holzschwert. Deswegen ist gerade Rabenschwarze Nacht hier draußen. Ich würde sagen, Dann mache ich hier mal einen Cut rein. Und wir sehen uns dann, wenn die Nacht wieder vorbei ist. Wir sehen uns da überrede. Das ist dann. Untertitelung des ZDF, 2020